Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Whispers auf der Maschine. Ja, wir haben die Mordwaffe gefunden, wir haben einen Schlüssel, wo wir nicht wissen, wo wir den hinpacken können. Der Roboterladen, der war keine große Hilfe, wenn ich mich nicht recht falsch erinnere, vor dem letzten Mal. Wir haben hier eine Schrotthalde, wir haben neue Orte, die uns aber erstmal noch nichts bringen, weil wir hier nur wo hingehen können. Also Forensik-Scanner ist auch erstmal nicht so hilfreich, weil riesengroßes Areal und so und das macht es gerade nicht so trivial einfach. Wir haben aber auf alle Fälle beim letzten Mal einen Mord entdeckt, also was heißt entdeckt, wir haben einen dritten Mordfall. Okay, zum Einkaufszentrum, ja da ging es ja auch nicht weiter, also es geht eigentlich hier noch nicht so richtig weiter. So, und auch hier geht es nicht so richtig weiter. Wir wissen auf alle Fälle, dass wir hier so eine Art, wie soll man es sagen, KI-Menschwesen gerade hochzüchten. Ich habe nicht geklickt. Oh, okay, okay, okay. Ähm, 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 warte mal, wie war das, äh, Tankhilfe, nee, wie war das, äh, Kammer, Kammer-Status. Kanisterwechsel empfohlen, adäquat. Machen wir mal, Wasserfiltrierung, adäquat, Nährstoff-Guide, kritisch, Kanisterwechsel empfohlen. Wie mache ich einen Kanisterwechsel? Ah, okay, ich glaube, den werde ich auf dem Schrottplatz bekommen, Nährstoff-Kanister. Da tippe ich mal drauf, dass ich den auf dem Schrottplatz bekomme. Die Frage ist, ob das, was ich hier gerade mache oder hier zulasse, äh, ob das, äh, gesetzeskonform ist. So, warte mal, ich gehe mal hier zum Recycling-Zentrum, vielleicht haben wir ja da überhaupt irgendwas. Metallhaufen, Dien, Karren, nee, nee. Einkaufszentrum. Hier, das Café. Ach, schade, 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 schade. Fahrstuhl, hier können wir auch nicht hoch. Okay, und hier auch nicht. Okay. Warte mal, wir können, können wir die Amnesie hier drauf? Ach nee, warte mal, ich musste ziehen, ne? Okay, hier die Schrotthalde. Hier finden wir doch bestimmt irgendwas. Turm, Schrotthalde. Ich gehe mal hier hin. Okay, ich gehe da nicht hin. Warte mal, vielleicht hat ja der Roboterladen was. Warte, 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 warte. Hm, das hier. Hey, Walter, do you happen to have any containers for liquid nutrients? Oh, I'm fresh out of those. Sold my last one to Maya Strand. Said she was working on a processing unit for a high energy liquid food solution. Like people actually want to eat goo. All right, thanks anyway. Maya Strand, das hatten wir doch irgendwo, oder? Ja, da. Did you know Maya Strand? Yep, I work with her from time to time. Genau, das war, das war, das war, das... Yeah, 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 yeah. Alles klar, das hatten wir. Genau, das hatten wir alle schon mal. See you later. Take care. Das war das, das war das zweite Opfer. Das war das zweite Opfer. Ja, ähm, warte mal. Maya Strand. Das ist doch zum Ortseingang, glaube ich, ne? Treppe nach oben. Maschine, hier, die Maschine, da war doch noch was. Okay, wir sind also ne Spur weiter. Wir brauchen noch ne, äh, ein Gefäß, ne? Das werden wir mit Sicherheit nicht hier finden. Das wär zu einfach. Aber wir sind auf ne heißen Spur. Im Museum wären wir wahrscheinlich... Oh, gut, oder? Doch, warte mal. Warte mal. Heiltank? Hm. Nee. Da nicht. Zur Werkstatt. Da auch nicht, ne? Oder doch? Just a normal day of fixing one thing and breaking two. Wir brauchen... ...den richtigen Container. Ne Tasse vielleicht? Okay, da ist auch keiner. Weißt du, da hast du... ...hast du wieder so ein Ziel vor Augen, ne? Und dann... ...habert's. Vielleicht hat sie ja was. Horrible, how much death has perfallen us. I read that in a book once. Hm. A fitting quote, considering the circumstances. Various medical supplies. Da ist eine blaue Schachtel, siehst du? Okay, hier gibt's jedenfalls eine blaue Kiste. Hier war der Wasserhahn, aber brauchen wir ja natürlich nicht. Ähm. Ich wusste, irgendwo war der Wasserhahn. Vor ein paar Folgen hab ich den gesucht. Oh. Okay, hier ist jedenfalls nichts los gerade. Huh. Jetzt wird's interessant. Ähm. Wo krieg ich denn die Becher her? Hier, ne Thermoskanne nehm ich mit. A Thermos. Presumably filled with coffee. Oh, ne. Äh, dann fragen wir mal Gabriel. Wie weiß... Vielleicht weiß der hier Bescheid. Hallo wieder, Gabriel. Hey da, kann ich mit Unterstützung sein? Und zwar hätte ich gerne Infodam. Ich schaue für ein Nutrientkanister. Ich weiß nicht, wo ich meine Hände auf einer von diesen? Keine Idee. Aber hat Maya keine Maschine in ihrem Apartment gehabt, um das so etwas zu tun? Oh ja, du bist richtig. Gut, das hilft mir nichts weiter, weil... Ich hab' ich schon rausgefunden. Warte mal, in unserem Quartier. Aktenschrank, Topflatze, Bettofen. Nein, im Quartier ist nichts. So, dann gehen wir noch zu Anderson. Vielleicht weiß der noch was. Der sitzt immer so traurig da hier, ne? Der Kommissar. Ich hab' ein paar Fragen, Kommissary. Bei allen Dingen. Ich bin für ein Nutrientkanister. Nohre kann ich meine Hände auf einer von diesen. A Nutrient-what? Nevermind. Mama, beginne mal. This weapon killed Karl und Maya. Ich found es in der Recycling Center. Dann all drei Killings müssen sich verbunden. Great work, Agent. Wir sind ein Schritt näher zu catchen, der Killer. Any idea of what this opens? Nope. Not a clue. Das werd ich mal noch fragen. That's all I needed. Very well. Vielleicht weiß er das hier. Warte mal, kann ich den... I found this among Leonard's Remains. Ah, probably his key then. Unless the killer dropped him there. In any case, I don't know what it opens. Okay. Haben wir hier irgendwas? Das Gassenzimmer war schon genauso beim letzten Mal offen, ne? Empty. Guess there are no classes today. I think the children grew these themselves. That's good. Gives them some practical skills. I don't need to rummage through that. Hmm. Das ist jetzt hier wieder so ein bisschen Suche, ne? Hier ist ein Durch... Hier ist ein Durch... Hier war ja nichts versteckt davon, ne? Da gibt's eine Halterung. Wahrscheinlich packe ich da die Nährstoffe rein. Das ist jetzt hier wieder so ein bisschen Suche. Hm. Keine Reaktion da drauf. Bloß hier war ich ja schon durch, ne? Oder hier in die Tonne mal gucken. Vielleicht hat die mal was weggeworfen davon. Oder auch nicht. Ein paar Krates of different sizes. Maybe for transporting some of the recycled materials. Hm. Du kommst hier raus. Oder ich finde was auf der Schrotthalde dazu. Not sure where that door... I don't have a reason to visit the junk heap right now. The junk piles extend some half a mile into the empty eastern part of town. I doubt they're being added to though. Nordson residents seem conscientious about recycling. That action doesn't seem productive to me. Schade. Ever see this key before? Nope. First time. It, uh, looks really nice. Nah, I don't want to scare the poor guy. Schade. Was kann ich da jetzt hier noch befragen? Warte mal, ich guck mal hier ein Notizbuch. I need to find a replacement canister for the womb tank in the apartment. Leonard Dahl was somehow killed and then shredded to bits in the recycling center. Due to the state of the remains, there is no cure cost of death. I should try to find out more about Leonard. There has to be some connection between him and the previous murders. Das habe ich ja vor, aber... Katharina Byrd, a.k.a. Melinda, a schoolteacher and resident of Nordson for two years. She was likely in some kind of relationship with Carl. Hmmmm. Hmmmm. It's the key I found in the recycling center. Likely belong to Leonard. Wir haben noch nichts Verschlossens gefunden, ne? Aber was soll ich tun? Das ist schlimm, wenn... Wenn man so ein Loch hat auf einmal. So, wir haben hier oben auf alle Fälle das... Das Dings hier. Können wir aber nicht benutzen? Genau. Das Looks like some... Doesn't appear to have power. Just as well. I wouldn't know how to make heads or tails of it anyway. It's a sketch of the exhibition downstairs. It's titled Path of the Pilgrim. Looks like various plant samples. Some old pre-collapse gadgets, probably for the museum. I already searched that. Not sure what kind of plants those are. Maybe medicinal? Doesn't look like vegetables anyway. Hmmmm. Wir kommen echt nur kleinschrittig hier unterwegs. Und voran vor allem. Und mir fehlt da echt gerade ein Faden. So ein kleiner Hinweis, in welche Richtung das gehen soll. T wäre gar nicht mal so schlecht, aber den... Not sure where that door leads. Haben wir hier Stiefelabbrücke? Nö. Wir haben auch keinen Hinweis, in welche Richtung wir gerade laufen sollten. Vielleicht... Nö. I don't think extra strength helps there. Hmmmm. The junk pile... I don't... Hmmmm. Nice soothing sounds. Kann man den mitnehmen? A razor sharp... That action doesn't... Nice spot there, next to the windchimes. Okay, keine... Okay, wir sehen uns, denken wir gleich wieder. Ähm, ich muss mal hier auf Suche gehen. Das stört mich gerade ein kleines bisschen. Bis, 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 bis gleich, ne? Ja, so knickknack. So, ich hab jetzt mal ein bisschen rumgeguckt. Ich hab nichts weiter gefunden. Und das ist ja einer der letzteren Orte neben dem, äh, dritten Mord, äh, Platz, ne? Äh, den wir bekommen haben und Zugriff bekommen haben. Und hier sind Bilder. Wir haben dieses Blut verschwindet. So, ich will mal gucken, ob das hier funktioniert. Okay, ich, äh, äh, mein Fehler. Oh, right here. Same brass necklace. This has got to be her. Alright, I took the picture. Perhaps someone will recognize her. Ja, ich weiß, wer sie erkennen kann. A photo of Katerina dated a few months back. Ich ahne, wer sie erkennen kann. Ähm, und zwar ist es hier Ingen. Der hatte nämlich mal gesagt, dass wir ihm das Bild gezeigt hatten. Äh, soweit ich mich erinnern kann, dass er, äh, das ist schwer zu erkennen, ist das Bild, ne? Und, äh, er sie nicht kennt oder erkennen kann. Do you know this woman? Oh, her. I sometimes spot her off the beaten path actually. You do? Where? By the junkie. They don't know what business she's got there, but I notice her sometimes when I collect parts. She thinks nobody sees her. All sneaky and quick. But I've got keen eyes. Perfect. Thanks a lot, Valter. Okay, damit haben wir wahrscheinlich jetzt den Hinweis für den Junkyard. Okay. Looks like he's holding some kind of map. Hey, you wanna go do something? I'm tired. Let's just hang out. You won't be tired if you ate breakfast. What are you, my dad? I feel sick in the morning. Shut up. Whatever. Looks like he's holding some... Mit dem Jungen können wir nicht reden, aber mit dem Mädchen oder was? Hey, Kids. Uh, hey. Theo, that's the lady that Miss M... Shut up, Alicia. Now, wait a minute. Alicia, is it? You know Miss M? I, uh... Of course we do, ma'am. We're kids. She's our teacher. Yeah. We just know her from school and stuff. Mhm. Right. So you haven't seen Miss M around today? Natürlich nicht. Mhm. Nope. Hm. Well, I have a few questions for you. Mhm. Asma. No need. I'm sure they know who Katarina is. No, I don't want to scare them. I don't need to know their opinion on that. Do you know what happened yesterday to a man named Carl? My friend told me that somebody murdered him with a knife. I bet it was totally gross. I bet you wouldn't say that if you saw it for real, Theo. You'd just be sad. Not all. Yeah, huh. Just like when we found that dead bird. Shut up! That was different. Totafoole. Do you guys know Gabriel? Yeah. He's a cop. But he doesn't have a gun like you do. Policemen should have guns. My dad has like four of them. And he's just a baker, not a policeman. Hey. Can I hold your gun, lady? In your dreams, kiddo. So, Katarina is your teacher, right? Nuh-uh. Our teacher's name is Melinda, but she prefers Miss M. You know, I need to find Miss M really badly. Do you know where she would go if she was ever in trouble? I... Don't know. Mm-hmm. We have no idea, ma'am. That's clever. What do you think of Commissary Anderson? He's okay, I guess. He came by the school once and talked about catching criminals and stuff. Yeah, that was fun. It sucks that there's no women in our police station, though. I noticed. But it's not like that in most places. In the city, it's almost 50-50. Really? Do you think I could be in the police one day? Like you? Sure, kid. Nothing stopping you. But, ehrlich sein. When I become a policewoman, I'll arrest you all the time, Theo. Oh, dream on. Do you know who Stina Ruth is? Yeah. She works with my mom. The mayor. Stina is pretty cool. I like how she doesn't treat me like a kid. I see. How does your mom like working with Stina? I know they fight sometimes, but mom says that's why she likes having Stina around. She doesn't like people who always agree. Sounds like a good quality in the leader. I guess. So, did you guys ever hang out with Maya Strand? Hang out? No way. She didn't really like kids. She liked me sorta. But this one time, she got real angry with Alicia. Oh, yeah? Why? I just wanted to try all her stupid stuff. Alicia was like running around and pressing all the buttons. And Maya totally freaked out. Okay. That sucked. I was just messing around and she started yelling at me. Yeah. Maya used to be fun. When we were little, she'd talk about history and stuff. Now she only talks to herself. Like a crazy lady. Not anymore. She's dead, Ally. Okay. Whatever. Sorry, I guess. What do you guys think of Dr. Pearson? He's kinda weird, but nice. Every time I see him, he teaches me something new about the human body. Yeah. He fixed my broken arm too. It's totally fine now. Look. Oh, seems to have healed up nicely. What happened? It totally wasn't my fault. I like climbing and went up my favorite path in the Junk. But somebody had messed it up. So, I slipped. Ouch. Warte mal. Better be careful. Yeah. I know. Ich hab das vergessen. Warte mal, wir machen jetzt mal die anderen Sachen. Yeah. He's the best. Nissa is my favorite. Mom even made a cute hat for him once. Yeah. And then Nissa said it looked like an old carpet and made some poo-poo. He's so funny. Do you know Leonard Thal? Who? He was... Never mind. Doesn't matter. So, yet sir. Come on, Alicia. I think you know where to find Miss M. I... Don't know. We told you already. We don't know. I think you know more. Now would be the time to tell me before you get into trouble. There's nothing to say, lady. But Theo. Alicia, chill. We haven't done anything wrong. I guess. Okay, wir haben was herausgefunden. Wir haben was gesehen. Konnten das aber noch nicht triggern. So, Moment. Do you know what happened in the museum last week? Miss M told us in school. She almost cried. I could see tears in her eyes. My mom was totally freaked out that day. She had to work late, again. Yeah? Why's that? I don't know. Guess she had to talk to the police and stuff. I doubt these kids know anything about that. Do you know what happened in the recycling center today? Uh-uh. Did somebody get hurt? My mom said it wouldn't happen again. The- They would get help from the city to get the bad guys. Yeah, uh, that's me. I'm the help. Wow. They sent a girl? Stop it, Theo. You always say stupid things and get us in trouble. I doubt these kids know anything about that. Muss ich das nun nochmal? Come on, Alicia. I told you already. I'm thirsty, but- Theo, Alicia, I get- Ne, ich kann's nur auswählen. That's all I need, guys. Okay, bye! Fatima. See ya! Theo, look at me for a moment. Huh? What? I... Feel funny. Theo? You okay? Yeah. I just... We... What are we doing again? Uh... Just hanging out? You're being super weird. Huh? Whatever. I've got some more questions for you two. Okay. Fine. So, jetzt sollte er abgelinkt sein. Come on, Alicia. I think you know where to find Miss M. I... Don't know. Yes, you do. I have ways of knowing when a person is lying. Uh... Theo? I... What? Look at me, Alicia. Not him. I'm not leaving until you tell me the truth. What? Who? Um... On the other side of this tunnel, there's an old fridge with a secret switch on the bottom. Miss M goes through there sometimes. Thanks. I've been very helpful. Wait, what? Why would you tell her that? But... I'll let you guys, uh... Talk this out. I'll let you guys, uh... talk this out. I know. What you have to say? Oh, oh.